Timo Heinze spielte zusammen mit den heutigen Nationalspielern Thomas Müller und Mats Hummels. Er galt als großes Talent, damals bei Bayern München. Doch seine Karriere geriet ins Stocken. 2009 wechselte er noch unter Haching in die dritte Liga. Ein Jahr später beendete er seine Karriere. Ich war 19, 20, gerade an der Schwelle zum Profibereich. Und da eben einfach komplett aus der Bahn geworfen zu werden, ist sehr, sehr schwierig im Nachgang nochmal aufzuholen. Nachspielzeit, eine unvollendete Fußballkarriere. So heißt sein Buch. Es ist seine Biografie, aber auch ein Versuch, die Frage zu beantworten, warum manche Fußballers in die Spitze des Profisports schaffen, andere nicht. Da sieht man eben, an wie vielen Kleinigkeiten oder an wie vielen vermeintlichen Unwichtigkeiten so eine Karriere hängt vielleicht. Für Mats Hummels ist das hier Neuland. Ein Hörsaal an der Sporthochschule in Köln. Er begleitet seinen alten Gefährten zu einer Podiumsdiskussion. Timo Heinze studiert heute. Ja, es war auf jeden Fall erstmal, finde ich, eine spannende Sache, weil ich ja auch in der Uni noch nicht allzu oft von innen gesehen habe, berufsbedingt. Und bestelle ich das ein bisschen auf die Klischees natürlich. Als junge Bayern-Spieler lernten sie mit den Klischees umzugehen. Bayern München ist auch in der Jugend das Maß aller Dinge. Also es war auch schon früher, mit acht, neun, wurde man tatsächlich schon als arroganter Bayern-Spieler bezeichnet, wenn du da mit deinem For-You-To-Mister zum Turnier gefahren bist. Und danach haben irgendwelche Eltern gesagt, du arroganter Bayern-Spieler. Du gehst gerade in die dritte Klasse raus. Also es war ein bisschen strange manchmal. Aber es ist so, dass auch in dem Alter, als Beispiel, mussten schon oft Jungs gehen. Also es war so, dass mit zehn Runden die ersten auszutreten. Man soll seinen Traum wirklich verwirklichen wollen. Und die sollen alle das Ziel, volle Kanne, auch wirklich hinterherrennen, Profi zu werden. Weil das lohnt sich immer, egal was am Ende dabei rauskommt. Ob es dann klappt oder nicht, die Garantie gibt es nun mal nicht. Aber man soll sich im Nachhinein nicht vorwerfen können, dass man nicht alles dafür getan hat. Ich finde es nur wichtig, dass man auch den Plan B in der Schublade hat. Dass man einen vernünftigen Schulabschluss hat und sich darüber im Klaren ist, dass es eben nur sehr wenige schaffen. Und wenn man zu der großen Masse gehören sollte, die es eben nicht packt, aus welchem Grund auch immer, dass man dann eben nicht verloren ist. Mats Hummels hat die Karriere, von der Heinze geträumt hat. Stammspieler, inzwischen bei Borussia Dortmund. Double-Gewinner, Nationalspieler, nominiert für die FIFA-Auswahl. Das klingt jetzt alles nicht so negativ. Also ich muss wirklich sagen, dass es für mich, mit Ausnahme eben dieses halben, dreiviertel Jahres, in dem ich verletzt war, wirklich ausnahmslos nach oben ging. Das ist natürlich sehr schön, aber andererseits weiß ich auch, dass es wahrscheinlich nicht will, bis ich irgendwann keine Ahnung wie lange spielen kann. Ein Karriereende ist immer schwierig, doch für Heinze kam es, bevor es wirklich losging. Obwohl ich mich guten Gewissens jetzt hier hinsetzen kann und sagen kann, es war die richtige Entscheidung. Aber klar, es sind einfach Dinge dabei, die einem abgehen. Andererseits natürlich auch Sachen, auf die man verzichten kann. Das ist richtig. Ich meine jetzt gar nicht mal so den Konkurrenzdruck, sondern so ganz praktische Sachen. Dass ich mal an einem Wochenende feiern gehen kann in Köln, was man ganz gut kann auch. Und nicht mehr Gedanken machen, dass immer um das nächste Spiel. Und einfach auch mal, gut ich bin Student, aber einigermaßen geregelt jetzt Zeiten habe. Mats Hummels muss diverse WG-Partys regelmäßig absagen. Er steht in der Öffentlichkeit und somit auch in der Kritik. Also am Anfang meiner Karriere, als ich dann angefangen habe, in der Bundesliga zu spielen, habe ich dann auch den Kickerredakteur, der mir das weiß geschrieben, was die 4,5 soll, glaube ich. Das ist anders gewesen. Timo Heinze würde heute mit den Professoren über eine 4,5 diskutieren. Er hat sein neues Leben angenommen. Sein Leben als Fußballer und seine Biografie gehören auch dazu.